Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 762 und heute habe ich ganz, ganz viele CS-Neuigkeiten für euch. LifeX Switch, AirPods, App Store, Klage, Sunto 7, SSD T7, Bolli, Falster 3, Kopien und You by Moon. Moon, wie man es auch immer ausspricht. Ich beginne zuallererst mit einem Wandschalter. Gefällt mir sehr gut. Das Unternehmen LifeX, also LifeX in einem Wort geschrieben, hat ja schon verschiedene Smart Home Lösungen in Form von Birnen, also LED-Birnen auf dem Markt. Ich selber besitze einige davon. Das Tolle daran, die sind direkt übers WLAN ansprechbar und brauchen keinen zusätzlichen Switch. Und die haben jetzt Wandschalter vorgestellt, mit vier Knöpfen an der Zahl, schwarz und weiss. Das Coole daran ist, das Ganze lässt sich nicht nur mit smarten Lampen verknüpfen, sondern auch, wenn man noch hätte, auch andere Lampen, die halt so verdrahtet sind und im Haus drin sind. Damit kann man das Ganze verknüpfen und nutzen. Weiter geht's mit Neuigkeiten zu den AirPods. Trotz wie immer, wenn neue Zahlen rauskommen und irgendwelche lustigen Analysten Zahlen jonglieren, dann kommen solche Artikel raus und die sind eindrücklich. Geht mal davon aus, ein Startup, was aktuell einen Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar generiert, hat ein Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr von 125 Prozent. Das schon zum zweiten Mal in Folge. Bei einer Bruttomarge von 30 bis 50 Prozent. Unglaublich, was denkt ihr, wie wird das bewertet an der Börse? 50, 100 Milliarden US-Dollar. Irgendwo in dem Bereich herum bewegt sich einzig und allein das AirPods-Business bei Apple. Das sind immer wieder eindrückliche Zahlen, vor allem wenn man sie dann vergleicht. Das ist in etwa so viel wie Adobe, Nvidia und AMD nicht einzig mit ihrem ganzen Produktportfolio erreichen. Aktuell sind sie knapp vor Uber auch noch zu schlagen oder wenn man ein paar Namen zusammenmischen möchte. Spotify, Twitter und Snap zusammen kommen nicht auf den Umsatz, welcher Apple mit seinen AirPods macht. Schon gewaltig und interessant. Wenn man dann noch bedenkt, dass etwa 900 Millionen iPhones im Umlauf sind aktuell, dann ist da noch viel Potenzial nach oben. Doch Apple macht nicht nur da gross vorwärts. Sie haben auch vor kurzem vermerkt, dass sie über das Neujahr ein Riesending gemacht haben. Alleine am 1. Januar 2020 wurden im App Store, im Apple eigenen App Store, 386 Millionen US-Dollar umgesetzt. Unglaublich, ein neuer Rekord, den Apple wieder mal einfahren konnte. Und da soll es auch weitergehen, denn Apple hat selber ausgerufen, dass dieses Jahr das Jahr der Service ist und somit noch viele, viele Millionen in Richtung Apple fliessen. Wer da also Aktien gekauft hat vor einem Weilchen, der könnte glücklich werden. Dann verklagt Sonos Google und wahrscheinlich bald auch schon Amazon, denn die sollen Patente verletzen, die sie nutzen. Anscheinend hat der junge Herr von Sonos, also Chef da, mal mit Google gesprochen und ihnen ein paar, in Anführungs-Schlusszeichen, Tipps gegeben, die dann schlussendlich übernommen wurden, ohne die Patente zu patentieren, sich anzueignen etc. Mal schauen, ob es Sonos soweit bekommt, dass die Produkte aus dem Sortiment fliegen. Da sind unter anderem Home Hub und solche Geschichten mit dabei, Lautsprecher-Geschichten. Wir dürfen gespannt sein, vielleicht gibt es auch sonst eine Einigung. Oder Google schluckt Sonos einfach. Könnte ja auch passieren. Geld ist zumindest genügend da. Dann wurde während der CES einiges an neuen Gadgets vorgestellt. Zum einen die Suunto 7, die erste auf Wear OS basierte Sportler-Uhr aus dem Hause Suunto. Ist ein finnisches Unternehmen. Zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es jetzt Offline-Karten gibt und eben Wear OS drauf ist. Also noch ein bisschen mehr geht. Mal schauen, wie das Ganze funktionieren wird. Dann hat Samsung mein Lieblings-Gadget erneuert, die SSD-T-Reihe. Ich bin ja ein grosser Fan dieser Mini-SSDs. Die habe ich ja schon mehrfach besprochen hier im Podcast, in der Daily, aber auch im grossen Geek-Talk. Wir hatten sogar mal eine Sonderfolge dazu oder eine Gadget-Folge besser gesagt. Und, und, und. Jetzt gibt es die SSD-T7 und zwar in einer Touch-Variante mit einem Fingerprint-Scanner drauf, womit man die verschlüsselten Dateien bis zu 256-Bit-Verschlüsselung jetzt nicht mehr per Passwort entschlüsseln muss. Kompliziertem und mühsamen Passwort, sondern mit dem Finger. Ich bin mal gespannt, wie gut das der Reader funktioniert. Auch gezeigt haben sie ein Gadget, was ich eigentlich sofort mir aneignen wollen würde. Das Bolly. Was das genau ist, am besten geht ihr in die Shownotes, klickt auf den Artikel, den ich auf pokipsi.ch verfasst habe. Da ist ein Video mit drin, wo ihr es anschauen könnt. Es ist quasi ein smarter Assistent, wie man es vom Home Hub und Ähnlichem kennt, der aber einen auf Schritt und Tritt verfolgt zu Hause, einen filmt, einen Tipps gibt etc. Und eben auch hilft beim Putzen, beim Fensterladen öffnen und so weiter und so fort. Ich finde das genial. Weitere Smartwatch, da haben wir Skagen. Auch da wieder ein dänisches Unternehmen, von denen habe ich schon mal die Hagen Connect getestet, vor einem doch schon drei, vier Jahren her. Und die haben eine neue Version der Folster rausgebracht in Kooperation mit, und jetzt muss ich noch mal schauen, X by Kygo. Genau, das ist ein bekannter DJ, Produzent aus Dänemark, zumindest lokal da bekannt. Ich kenne ihn nicht, will aber nichts heissen. Die ist schneller, besser und kann mehr. Ich bin gespannt auf die Uhr. Dann hat Samsung nicht nur eben den Bolly gezeigt und die neue SSD T7, und wir hatten es ja schon in der Daily, das Chromebook, sondern sie haben auch ihre eigene Version von Face ID. Bei Apple kann man ja mittlerweile auch Websites etc. mit Face ID und Touch ID entsperren. Und Samsung hat das auch. Und die waren so begeistert von dem Ganzen, dass sie nicht nur einen eigenen Dienst analog der Apple-Lösung gezeigt haben, sondern auch noch die Apple-Logos verwendet haben. Also die Icons. Ziemlich unschön. Und ja, mal schauen, wie da Apple reagiert. Ist ja erst gerade mal auch bei Xiaomi passiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Gadget gefunden, das ich wie das Bolly genauso gern unbedingt haben möchte. Das You by Moon, Moon, wie man es auch immer ausspricht. Ein smarter Wasserhahn, der auf das Wort gehorcht und kaltes, warmes, genau abgemessenes etc. Wasser ausbringt. Gestensteuerung hat er auch. Wie toll ist das Leben. Gadgets sind doch was Schönes. Das war's mit der heutigen Folge Donnerstag. Euch wünsche ich noch einen erfolgreichen Resttag. Die Folge kommt ja ein bisschen später. Und ja, wer weiss, vielleicht hören wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.